So, ich bin jetzt hier mit der lieben Christine und wir machen ein Interview... Hallo! Hallo Christine! Hallo Patricia! Und wir wollen ein Interview machen, wie Christine erzählt schnell über sich und kurz, ja, wie sie zu mir gefunden hat und kurz, ja, schnell mal ein paar Minuten deine Geschichte. Bitteschön. Ah, okay, ja, es ist eine längere Geschichte, aber ich kürze sie jetzt ab. Also, vor fünf, sechs Jahren hatte mein System so Stress, ich konnte nicht mehr schlafen, nichts mehr. Also, es war einfach der Stress und hat mich komplett langgelegt, also komplett, ich konnte nicht mehr laufen, nichts mehr. So etwas Ähnliches, wie Patricia erlebt hat. Und dann ging natürlich meine Geschichte weiter. Ich ging von Arzt zu Arzt. Niemand wusste, was es ist, woran es liegt. Ich habe wirklich aussen gesucht. Ich habe mit Naturmedizin, ich habe dann so viele Vitamine, Mineralstoffe eingenommen, weil ich einfach gedacht habe, es liegen an solchen Sachen. Und mein System hat einfach komplett zugemacht. Ich habe schon lange mich mit Spiritualität befasst. Ich habe früh angefangen mit Luise Hei. Ich habe immer auf positive Art probiert, die Sachen zu machen. Aber irgendwie, es klappte einfach nicht. Es klappte nicht. Ich mache mit Vorstellungen. Ja, und irgendwie kam ich dann wirklich nach fünf Jahren mit Operationen, mit weise was, kam ich dann zu den Videos von Patricia auch. Also ich habe vorher schon lange Videos geschaut von anderen Sachen. Und ja, bei Patricia hat es mich dann einfach angesprochen. Ich habe, es ging mir wie, ich habe einfach von Herzen gemerkt, das ist das, was mich berührt. Und so kam ich dann zu Patricia und habe mit ihr seit Oktober sechs Coachings gemacht. Und ich merkte schon, bei mir war ganz stark die Selbstliebe. Ich habe zwar immer meditiert, Licht geschickt. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, vorher schon, ich weiss nicht, wohin ich gegangen wäre, wirklich. Ich war so vor Schmerzen. Ich habe gedacht, wow, jetzt ist fertig. Ich weiss nicht, ich hätte sterben können. Aber ich habe alles losgelassen. Und irgendwie merkte ich einfach noch die Selbstliebe. Die Selbstliebe, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Und Patricia hat es nachher geschafft, Punkte in mir zu berühren, mit denen ich jetzt auch immer wieder arbeite, dass mein System mir glaubt, dass ich so, wie ich bin, vollkommen gut bin. Also der erste Moment, wo sie mir gesagt hat, dass ich in Wirklichkeit ein reines Lichtwesen bin, das war schon gut. Und dann hat sie mir mal gesagt, wie bist du, wenn du ohne Körper bist? Wie fühlst du dich? Und da konnte ich mich fühlen, wirklich als ein weisses, schönes Lichtwesen. Und sie hat mir nachher gesagt, nimm das immer wieder, nimm das immer wieder zu dir. Und ich bin mehrmals am Tag, habe ich mich erinnert, wer ich wirklich bin. Dass ich dieses Lichtwesen bin. Und ja, das ging mir immer besser. Und dann ging ich manchmal schon noch vor den Spiegel. Geschminkt ging es mir immer besser. Und ungeschminkt ging ich vor den Spiegel. Und dann kam mir, wow, du bist nicht schön. Du bist nicht gut genug. Also mal gut genug schon, das habe ich schon erarbeitet, aber du bist nicht schön. Das ist nicht gut. Du siehst dort nicht gut aus. Du bist dort nicht attraktiv. Und dann hat sie mir gesagt, probiere mal einfach zu sagen, okay, der Aspekt, der in mir ist, der sagt, ich bin nicht schön genug, der darf einfach jetzt da sein. Das ist einfach noch ein Aspekt, der von meinem alten Ich ist. Und dann habe ich das immer wieder gemacht, wenn ich auf dem WC war, die Hände gewaschen habe und in den Spiegel geschaut habe und dann kam, wow, deine Haare sind dort nicht gut, das ist nicht gut. Ich habe gesagt, okay, du bist noch ein alter Aspekt in mir. Du darfst da sein. Du darfst jetzt in Heilung gehen und habe ihn in Liebe angenommen. Aber ich habe immer gesagt, wer bin ich? Ich bin das... rein göttliche Lichtwesen, wo aus der Quelle kommt und die Quelle hat zu mir gesagt, ich erschaffe das Beste und Schönste hier in mir, wie in allen Leuten. Und ich habe es immer wieder so gemacht und plötzlich hat mein System anders reagiert. Es kommt manchmal jetzt noch kurz, aber dann mache ich es wieder und mein System glaubt es mir jetzt, dass ich wirklich ein rein göttliches Lichtwesen bin, dass ich vollkommen zu 100% okay bin. Und ja, das freut mich sehr, dass ich jetzt das so geschafft habe. Glaubenssätze und solche Sachen und solche Sachen habe ich vorher schon immer verarbeitet, aber es geht mir seit diesem Punkt auch besser. Ich habe dann nachher noch die Klopftechnik für mich entwickelt. Also, nein, ich habe das... Ja, entwickelt sich schon lange entwickelt, aber ich mache das und das nützt mir auch sehr fest, um die Energie zu changen. Manchmal mache ich es so. Manchmal mache ich es nur einfach mir bewusst werden, wer ich bin. Wenn Gefühle kommen, sage ich okay, gefühlt, du darfst da sein, kurz spüren, wo es ist im Körper. Und dann nachher mache ich es einfach auf eine schnellere Art, die von Patrizio einfach sagt, okay, wer bin ich? Ich bin auch das rein göttliche Lichtwesen. Und ich mache noch immer so, dass ich sage, okay, du gehörst zu meinem alten Ich-Gefühl. Aber mein neues Ich lebt jetzt in Fülle, im Überfluss und ja, ist das rein göttliche Wesen. Und so habe ich wirklich einen sehr, sehr grossen Teil in mir geheilt. Ich glaube, das war noch der Punkt. Das war wirklich noch der Punkt. Und es geht mir immer besser. Meine Kinder fühlen sich besser. Und ich bin einfach viel mehr in Harmonie. Ja, da bin ich dir sehr, sehr dankbar, Patrizio. Ja, und du darfst auch dir selber dankbar sein, weil es ist ja, ich kann ja nur Tipps geben, oder? Und ich sage auch immer, es ist so wichtig, dass jeder für sich seinen eigenen Weg mit seinem eigenen, liebevollen Umgang für sich entwickelt. und das ist so individuell für jeden Mensch selber, diese Beziehung mit sich selber aufzubauen. Ich glaube, so wie du es auch erzählt hast, das ist eines der wichtigsten Dinge, diese liebevolle Beziehung mit sich selber zu entwickeln, und dann eben auch die Energie zu verändern in sich und dann halt auch mit dem Aussen. Und das ist Arbeit, gell? Das ist nicht... Was ist Arbeit? Das ist wirklich... Ich sage, es ist fast jede Minute Arbeit, weil ich bin so präsent, ich erwische mich so schnell, wenn ich negativ denke. Es ist wirklich Arbeit. Und durch die ganzen Sachen habe ich angefangen, das Hirn zu studieren, wie das mit den Neuronen und neuronalen Verknüpfungen funktioniert. Ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe sonst meinen ganzen Weg aufgeschrieben, wie ich zu diesen Sachen gekommen bin, zu der Heilung und meinem Wunsch, oder nicht nur meinem Wunsch, ist das jetzt auch Leuten weiterzugeben. Weil ich habe so viel erlebt, und ich habe es selber erlebt, ich denke, so wie Patricia auch, die Schmerzen, dass nicht mehr können, dass nicht mehr weiterwissen, niemand kann einem helfen. Diese Einsamkeit auch. Diese Einsamkeit. Hilflosigkeit. 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 Ja, es ist wirklich, man konnte niemandem helfen. Mein Mann verliess mich in dieser Zeit. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich musste ein Jahr eine Tschechin haben, die mir den Haushalt schmeisst. Ich habe von niemandem Hilfe, aber irgendwo weiss ich, die Tschechin kam auch zu mir, weil ich geführt worden bin. Ich bin immer wieder irgendwo geführt worden. Und der Schluss war jetzt noch Patricia, und es geht nur noch aufwärts. Ja, ich habe Freude. Und das ist auch wirklich zu erkennen, das Gute in diesem Drama, oder? Das ist ja schrecklich. Ich meine, du warst im Krankenhaus, das muss man ja alles gar nicht mehr so hochpushen. Aber dieser Weg, wo man genommen wird und sagt, okay, es gibt einen Weg zur Erkenntnis, und du wirst einfach so geführt, wenn du es annehmen kannst, dass du dann irgendwann mal rückwirkend verstehst, für was es gut war, oder? Genau. Ich weiss auch, was ich jetzt bei mir auflöse, das gebe ich auch meinen Kindern nicht mehr weiter. Das weiss ich, weil das war so viel Trauer. Das habe ich alles aufgelöst. Und wenn noch kommt, dann löse ich es wieder auf. Ich weiss jetzt, wie es funktioniert. Ich weiss, dass es nur geht mit Liebe. Ich gehe in die Meditationen. Ich mache auch noch viel die Meditation von Fester. Die nützt mir auch sehr viel, weil die Musik... Sag mal Gerhard Fester. Gerhard Fester, ja. Genau diese 20-minütige Meditation. Er hat eine für 10 Minuten. Ich mache noch diese 20 Minuten. und in der Musik, wo er macht, nachher er abspielt. Das ist die Delphine-Musik. Dann sehe ich mich laufen. Ich sehe mich springen. Ich sehe mich... Ich sehe es kifahren, wandern. Und die hilft mir auch viel noch. Aber jeder findet seine eigene Musik, seine eigene Meditationen. Ja, so ist es, ja. Aber das Allerwichtigste ist, oder auch wie du gemerkt hast, du brauchst ein festes... einen festen Bezugsrahmen, wo du einfach weißt, wer bin ich in dieser Welt? Was habe ich... Was habe ich für Möglichkeiten? Wie funktioniert die Welt, das Leben aus mir heraus? Und das ist deshalb, was der logische Verstand braucht. Man muss irgendwie mit seinem logischen Verstand in einen Dialog kommen, dass jeder nicht mehr sagt, du spinnst, es geht nicht, du bist krank, und so weiter. Dass der irgendwann mal seine alten Überzeugungen ablegt und mit neuen Überzeugungen einen quasi selber unterstützt, oder? Das hast du ja auch gemerkt. Das war der Hauptpunkt. Das war wirklich der Hauptpunkt. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, dass ich wirklich das Lichtwesen bin. Und... Ja, das war wirklich der Hauptpunkt. Und wie... Was der Grund ist, was ich hier... Weil ich hier bin. Dass ich wirklich mich selber wieder finde. Dass ich weiss, ich werde geboren, ich vergesse alles, ich komme in diese Familie und nachher wieder zum Zurückerinnen. Das ist der Hauptpunkt. Das ist wirklich der Hauptpunkt. Und dann gibt es aber auch kein Zurück mehr in ein altes Leben, in alte Denkstrukturen. Dann ist man wirklich wie neu geboren. Und dann hat man andere Aufgaben auch. Dann hat man andere Bedürfnisse. Und wie du auch sagst, das finde ich eines der wichtigsten Sachen, zu sagen, ich möchte das Leben und gleichzeitig weitergeben. Und eben anderen Menschen helfen, sich auch zu befreien und ein schönes, glückliches Leben von Herzen aus der Liebe herauszuführen. Weil ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir alle, jeder Einzelne für dich diesen Weg gibt, um dann ins Gesamte das reinzugeben, damit unser Kollektiv sich verändern kann. Oder? Es geht wirklich um die Reise zu machen. Und wenn jeder Einzelne diese Reise macht, dann haben wir nachher ein Miteinander, das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Ja, und das haben wir eben auch schon Mediums gesagt, dass ich das machen kann. Und irgendwie habe ich immer gedacht, ja, warum und so. Und dann, Patricia hat mir das auch gesagt und da habe ich gesagt, es hat ja so viele in dem Internet, die das machen. Und plötzlich kam mir, ich kann das hier machen. Ich kann das nur hier in der Umgebung machen. Weil es sind so viele Leute, die schauen nicht diese Videos. Genau. Die lesen nicht die Bücher. Und es ist auch wirklich wichtig, ich meine, du hast ein Studium hinter dich gebracht über das Leben die letzten Jahre. Ja. Und es auch anzuerkennen, dass man, ich meine, ich war auch super faul in meinem Studium Betriebswirtschaft. Ich bin immer, wenn es vor die Prüfungen gab, gab es höhere Studenten und die haben die Prüfungen schon gemacht und haben dann so Curriculum für uns gemacht. Das heißt, wir sind dann quasi in so Vorbereitungs, Prüfungsvorbereitungskurse gegangen und die haben alles für uns schon zusammengestellt und kompensiert und zusammengefasst und uns das dann so vermittelt, dass ich das ganze Semester nichts tun musste. Ich bin dann drei Wochen zu denen in den Kurs gegangen. Ah, okay. Und habe dann nachher meine Prüfungen geschrieben. Und die haben quasi die Arbeit gemacht. Und ich durfte dann quasi nur das Wichtige, das Unwichtige haben die schon für mich rausgefiltert und so kondensiert, dass sie das uns immer weitergegeben haben. Und das war so toll. Und um das geht es ja auch im Leben, dass wir voneinander profitieren und so wie du die Dinge sagst und erzählst und weitergibst, den Menschen, die dir gut zuhören können, die können mir vielleicht nicht zuhören oder die können die Sachen nicht lesen, die verstehen die Videos nicht. Und ich denke, das ist einfach auch so schön und so erfüllend, das weiterzugeben. Das ist einfach etwas, wo wir lieben und dann leben wir es auch. Du lebst nur das, das, was du weitergibst. Und das finde ich so, so schön und ich möchte alle auch hier nochmal, die das sehen, ermächtigen und sagen, du brauchst dafür nichts außer dich selber und das Herzblut für das, was du darstellst. Ja, wirklich, ja. Und wenn wir mit unserem alten Ich sozusagen rumlaufen, das nicht gut genug ist und das immer kritisiert wird und nicht liebenswert ist, dann spüren wir gar nicht in uns eigentlich diese Berufung oder diese Mission, die eigentlich da ist, beizutragen für eine schöne, liebevolle Welt. Weil wir sind ja gar nicht irgendwie verbunden mit so einer Vision, sondern wir sind die ganze Zeit am Kämpfen und versuchen, gut genug zu sein und die Dinge endlich richtig zu machen und endlich Lob zu bekommen, endlich geliebt zu werden. Und das ist halt die Sackgasse. Ja, ich weiss auch, warum ich meinen Mann angezogen habe. Und weil ich immer Bestätigung wollte, ich wollte immer Bestätigung von außen und das war das ganze System seit meiner Kindheit her. Und das habe ich jetzt gechanged. Den nächsten Mann, den ich anziehe, ist wirklich, weil ich mich liebe und nicht, weil ich von ihm die Liebe brauche für mich. Das weiss ich, das ist, ja. Und wenn es sein muss, dann kommt er mal und sonst, ich kann glücklicher so sein, wie ich bin. Das ist ohne... Keine Not, keine Not. Ich habe keine Not. Ja. Sondern wenn, dann ist es eine schöne Ergänzung, eine schöne Ersparung. Aber einfach in Freiheit, oder? Freiheit ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort. Freiheit von diesen ganzen Zwängen und zwei ganzen Vorstellungen, wie Dinge gemacht werden müssen, die einem vermittelt werden, um dann auch zu sehen. Nein, es geht gar nicht um das, sondern es geht wirklich nur um Energie. Ja, es ist alles Energie. Es ist wirklich alles Energie. Und das ist auch ein Punkt, wenn ich Schmerzen manchmal jetzt noch merke, dann gehe ich auch dort hinein und denke, es ist ja wirklich nur Energie. Ich kann sie changen. Manchmal, ich sage dann, okay, du darfst da sein. Manchmal spüre ich auch, wie fliesst die Energie? Sie fliesst so rund. Dann sage ich, okay. Sie kann aber auch so rund fliessen. Mit Freude, mit Leichtigkeit. Und manchmal mache ich es nur so und es funktioniert. Eben, du hast so einen Schatz an Tools für dich ausprobiert, oder? Ja, und das ist auch so wichtig, glaube ich, dass man eben sagt, es gibt ganz, ganz viele Tools, die mir helfen, das zu ändern, zu changen, wie du sagst, zu wechseln. Welches Tool nehme ich gerade? Welches Tool ist gerade okay? Aber davor muss natürlich dieses hundertprozentige Bewusstsein sein, wie du sagst, in jedem Moment da sein, um zu wissen, gehe ich in die richtige Richtung? Oder muss ich die Richtung wechseln? Muss ich changen? Und das haben wir eigentlich, wir sind ja eingebaut, wir haben das ja, wir haben ja hier unsere Emotionen, die sagen uns gleich, gut, schlecht, angenehm, unangenehm, leicht, schwer, wie das ist eigentlich. Ja, es ist so, und weisst du, was ich auch sehr gemerkt habe, ich habe immer gedacht, ich sei positiv, wirklich, ich habe ja immer die Bücher alles gelesen, und habe mich immer so verhalten, aber wo ich dann wirklich gelernt habe, dass da hinten immer eine Schaltplatte läuft, und die Schaltplatte ist so, ist wirklich so, 70 Prozent, sage ich, wirklich negativ, und vom Glaubensmuster, und alles, was dort eingespeicht ist, als ich das gemerkt habe, und dann, ich habe mich so viel erwischt, als die Schaltplatte wieder lief. Und das ist auch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wirklich, dich zu fühlen, oder zu erinnern, wenn diese Schaltplatte läuft, okay, das ist die Schaltplatte von einem alten Ich. Das sind die neuralen Verbindungen, die noch so funken, aber die kann ich changen. Ja, und dann gehe ich wieder zurück, und change es wieder. Genau, solange du verbunden bist mit diesem alten Ich, und nicht das quasi aus der Beobachtungsperspektive wahrnehmen kannst, und meinst, das ist es selber, bist du da wie gefangen, erst diese Klarheit und dieses Bewusstsein, dieses Verständnis zu bekommen, was läuft, das braucht unser Verstand. Der muss kapieren, dann ist er auch bereit, anderes Wissen anzunehmen, andere Perspektiven anzunehmen. Aber, ich habe auch mal wieder drüber gemacht, wie die kleinen Kinder, das liegt in uns, wir müssen immer wissen, warum. Ja, aber weisst, es ist so nicht einfach, weil, wenn du arbeitest, wenn du etwas machst, dann geht die Schallplatte los. Wenn du nicht bewusst auf das achtest. Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich manchmal Sudoku gemacht, und dann plötzlich lief die Schallplatte und ich hatte Emotionen wieder traurig, wirklich traurige Emotionen. Habe ich gesagt, das habe ich jetzt wieder gedacht. Bei Sudoku? Bei Sudoku? Das macht gar keinen Sinn, oder? Nein, weil ich Sudoku, war ich abgelenkt, genau, lief auf die Schallplatte gehört und dann ging die wieder los. Wahnsinn, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Es ist immer wie mein Hund, Der will auch immer, immer sofort irgendwie wo schnüffeln, was kusiges essen und so. Ja. Wenn ich mich beobachte. Aber die merkt es sofort, wenn ich jemanden treffe, unterwegs, dann schleicht es sich weg. So ist unser Verstand, oder? Wenn du dich mit etwas anderem beschäftigst und ihn nicht beobachtest, ihn aus dem Auge verlierst, dann fängt er wieder an, seine alten Muster durchzufolgen. das ist auch sehr, sehr wichtig. Das möchte ich wirklich auch allen sagen, die jemals dieses Video sehen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Grund, diese Schallplatte. Ja, und das sagt ja auch Joe Dispenza, oder? Das ist, ja. Ja, und aber diese Schallplatte nicht ablehnen, sondern sie wahrnehmen als das, was sie ist. Genau. Und dann auch erkennen, dass sie nicht gefährlich ist und dass sie auch nicht mit einem selber, mit seinem wahren Wesen, mit der Göttlichkeit in einem, mit dieser Schallplatte überhaupt nichts zu tun hat. Ja, dass das einfach zu dem alten Ich noch gehört, wo jetzt das neue Ich erschafft. Es wird immer wieder mal kommen, ich meine, weil die Schallplatte will ja auch nicht sterben, oder? Die hatte ja mal seine Rinnen. Genau. die hat dich ja mal, die hat dich ja mal beschützt auf ihre Art und die meinten. Die meinten, ich könnte mich so beschützen, ja. Genau. Und so ist das alles. Und deswegen geht es überhaupt nicht darum, Dinge wegzuschicken oder loswerden zu wollen, sondern einfach zu erkennen, um was geht es denn da eigentlich? Ja? Und diese Klarheit, die gibt eben dann auch Sicherheit und wenn du in Sicherheit bist, brauchst du keine Angst mehr zu haben und wenn dein Körper keine Angst mehr hat, dann vertraut er dir und dann kann er in die Heilung gehen, weil er nicht mehr in diesem Stress- oder Fluchtangstmodus sein muss, weil er weiß, dass du ihn sicherst. Genau. Und dann nur in diesem sicheren Ambiente kann eben diese dauerhafte Heilung funktionieren. So ist es, ja. Und die Christine, die gestartet ist, die gibt es jetzt einfach auch gar nicht mehr. Die gibt es. Nein, die gibt es. Die gibt es nicht mehr. Die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist auch manchmal sehr, sehr schwierig, dieses Ich oder diese Version von einem Selbst einfach loszulassen und tatsächlich keine Angst zu haben, dass jegliche Existenzberechtigung verloren geht, wenn diese Version von dir stirbt. Weil es ist ein Sterben. Man muss tatsächlich so komplett loslassen können und manchmal zeigt es sich halt auch nicht. Es ist überhaupt nicht zwingend notwendig, aber dass halt Beziehungen sich trennen. Ah ja, ich denke, das könnte ich genau, ja. Ich könnte nicht mehr in die alte Beziehung. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so, ja. Ich bin nicht mehr der Welt. Dass man dann auch bereit sein muss und sagen muss, die Dinge, die nicht mehr zu mir gehören, die dürfen in Liebe gehen. Ich muss sie nicht festhalten, weil sie mit der alten Version von mir verbunden waren. Wenn die irgendwann mal, wer weiß das schon, was passieren, müssen wir ja nicht, aber wir müssen einfach festlegen, dass nur noch die Dinge zu uns kommen, die ein Match sind zu der neuen Version von uns und die sind halt dann auch auf einem hohen energetischen Schwingungsniveau treffen, auf dem wir beschlossen haben zu leben. Ja, genau. Und dann ist alles gut, oder? Dann muss man nichts mehr erzwingen, dann muss man nichts mehr ermachen, sondern man kann dort eben ins Vertrauen gehen. Und sobald man diese Kontrolle und diesen ganzen Aspekt überhaupt von Manipulation und Kontrolle abgeben kann, wow, wie viel Last, wie viel Last für einen, oder? Es ist einfach, das ist wieder der nächste Schritt in die Freiheit. Ja, und ich, aber ich weiss jetzt, wie es funktioniert und ich habe so Freude, und ich habe wirklich Freude, mein Wissen weiterzugeben und das bin ich jetzt wirklich dran, ja. Genau, und alle, die vielleicht das jetzt hören, die dürfen jetzt der Christine auch schreiben unter das Video, Kommentare, oder? Dann wirst du die Antwort beantworten. Und ihr seht ja, sie ist in der Schweiz. Wir haben es natürlich auf Hochdeutsch gemacht. Unser Coaching war alles auf Schweizerdeutsch. Das war schön. Ja, genau. Aber wir haben es natürlich auch Hochdeutsch gemacht, aber wenn jemand die Christine kontaktieren will, sie ist in der Schweiz, sie ist eben, möchte gerne Leuten helfen, unterstützen, ihr dürft sie jederzeit kontaktieren. Und that's it. Ich danke dir für deine Offenheit. Es ist immer so, so wichtig, zu teilen und sich nicht zu schämen und nicht zu sagen, ja, ich war schon immer so toll, ja, und ihr anderen, ihr seid Loser. Und das geht's nicht. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Ja, und wir gehören alle zusammen. Das ist so. Ja, und es wird wieder schlechte Momente geben. Aber die werden immer kleiner und die werden immer kürzer und die werden immer weniger schlimm, die werden immer weniger schwer. Und das ist der Weg und er wird nie enden. Er wird nie enden. Nie. Genau. Wir müssen nicht drum, irgendetwas erreicht haben oder geschafft haben und sich dann dort auszuruhen. Wir sind hier, um uns weiter zu entwickeln und zwar in die Unendlichkeit. Ja, genau. Wo es aufhört. Wir müssen einfach die Bereitschaft, an den Tag zu legen und sagen, wir müssen nirgendwo ankommen. Nein, und ich habe Freude, ich habe Freude, diesen Weg zu gehen. Das ist wirklich, ja. Und der Weg ist das Ziel. Und der Weg, der gabelt sich und es ist ein unendlicher Weg, der sich gut anfühlt. Und mehr braucht es nicht für hier, habe ich das Gefühl. Wir gehen ins Leben und wie Dr. George Spencer auch immer sagt, wir sind verliebt ins Leben, wir freuen uns des Lebens und sind gesund dabei. Und dann ist alles gut, oder? Dann ist alles gut. Dann haben wir es geschafft. Also, vielen Dank. Wir beenden wir, damit es nicht zu lange wird. Und ich habe mich riesig gefreut. Mich auch. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.